So, hallo Leute, ich bin's wieder, xxgrandwarlordxx und in diesem Video, dieses Video ist kein Tutorial, es ist eher so eine Frage, also ich bin jetzt kurz davor, meine nächste Montage MW2 Sniper rauszubringen, die sieht ungefähr so aus wie die, das ist meine erste. Jeder kriegt das halt ein Problem, ich hab keinen Editor, also wenn jemand, keine Ahnung, gut im Video bearbeiten ist mit Sony Vegas oder einem sonstigen Programm, kann er mich gerne anschreiben, natürlich gibt's auch einen Preis, ich kann euch entweder ein bisschen Geld geben, Challenge Lobby, je nachdem was ihr braucht, also nebenbei ist das halt so meine erste. Und nebenbei noch, ich bin jetzt kurz davor, einen Sniper-Clan zu gründen und ja, ich suche gerne Member, ich hab zwar schon ein paar gefunden, aber wenn ihr denkt, ihr seid gut, ihr würdet gerne mal im Sniper-Clan zum Spaß spielen mit Trickshots und allem, meldet euch einfach bei mir, dann schau ich mir mal an, wie ihr so spielt und dann könnt ihr gerne mitspielen. Jo, ich bin ja auch nicht der übelste Pro, aber einfach zum Spaß, ja und wie gesagt, wenn ihr Videos gut bearbeiten könnt, schreibt mich an für die nächste Montage, dann kann ich euch entweder Geld geben oder keine Ahnung, was ihr braucht, Black Ops, 15 Nets Prestige oder MW2 Challenge Lobby, je nachdem, schreibt mich einfach an und den Link zu meiner ersten Montage werde ich dann auch in die Beschreibung schicken, ähm, reinmachen einfach und falls ihr Fragen habt, bis, ja, fragt mich einfach und ja, bis zum nächsten Mal.